Sorry, ich kann nur noch nach dem Kampf reden. Ich bin etwas gestresst hier im Kampf. Ist für mich total hier. Kein Ziel ausgewählt. Was ist er denn jetzt? Der Mark ist trotzdem drauf. Was zum Blödsinn. Das sieht er natürlich auch, oder? Nein, 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 nein. Ich komme da nicht... Ich komme... Nein, 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 nein. Wieso ist er denn wieder so weit weg? Was soll das mit diesem blöden Weg? Bleib doch einmal gestunt. Ich habe vier Stunts und kein einziger Hurensohn Stunt wirkt hier. Was soll das? What the fuck, man? Are you shitting me? Seriously, that's fucking hilarious, this bitch game hier. Was soll das hier? Das gibt es doch gar nicht. Also wieder außer Range, glaube ich spinn. Nichts, also es ist schon mal egal, wo ich hinspringe. Ich komme nicht einmal ran. Er ist immer sofort wieder weg. Ja, dann fick dich doch. Er schießt mich doch. Ja, komm, mach. Ich drehe um, spring hin, stürm... Schau mal, ich drehe um, komm 10 Meter näher, stürm zu ihm hin, mach überwältigen, mach Sturmangriff. Und der läuft nun mal weiter. Alles dann, nichts funktioniert. Was soll das? Ich aktiviere ja genauso, ich aktiviere doch genauso meine Scheiß, meinen Bund breche, dass ich gegen einige Sachen immun bin. Aber der macht einfach alles durch. Jetzt habe ich eigentlich den Scheiß hier auch da. Verstehe ich nicht, also... Die können gar nicht so viele breche haben. Ich mache vier Stunts hintereinander und der... Und dann warte ich sogar kurz. Dann mache ich nachher wieder ein paar Stunts und die bleiben nicht stehen. Hey, was spielt sie für eine Klasse? Hey Jakob, Servus Christi, hallo. Äh, Peiniger. Kampfshorn, Schattenspiel und Verteidigung momentan. Und ich kann es aber nicht gescheit spielen, da ich nicht auf 50 bin mit dem Schattenspiel. Der hat auch da viele CC-Brecher dabei. Ja, das ist echt... Aber viel... Alle. Alle Stunts, alles. Serverdone, 50 Minuten. Alle, ja. Anscheinend alle, ja. Und dann... Ja, ich glaube, Freitagnachmittag gehen sie wieder on. Freitagnachmittag gehen sie wieder on. Ich finde es sehr cool, dass die CC-Brecher haben. Aber die können nicht alle haben. Und ich probiere sie hintereinander, klar. Dann läuft die Zeit. Dann lasse ich ein bisschen Zeit vergehen. Dann probiere ich wieder, ob es dann aber die geht. Das erste Mal habe ich es geschafft, da ich eins dann durchgebracht habe. Ich brauche nur eins dann durchbringen. Dann habe ich da meine Rote raus. Aber wenn ich nicht an den Land komme... Also 90 Minuten. Ist kein Problem, dann spielen wir halt was anderes in der Zeit. Wenn alles selber neu gestartet, dann spielen wir halt... Leveln wir halt wo ein anderes Spiel, oder? Es gibt doch noch genug Spiel zum Leveln. Immer nur Leveln. Würde ich dann meinen... Ich habe deswegen war ich kurz vorhin zwei Minuten auf AFK. Ich würde hier nette Leute bringen, mir doch manchmal was zum Essen dabei. Ich habe dann mein McChicken Chili essen und umloggen. Und dann können wir woanders leveln oder so. Mal schauen. Ich hätte einfach auf Bock jetzt einfach eine Raid oder eine Inni tanken im WoW. Aber ich habe keinen Account aktiv. Einfach so hier... Einfach so reingehen und zeigen wie es funktioniert hier der Scheiß. Mit diesen Mist hier mit diesen CCs. Also... Was habe ich denn hier nochmal genau? Erhöht Bewegungsgeschwindigkeit, Agilität und verleiht Immunität gegen Gift. Wenn ich diesen... Wenn ich diese Schattenspieler 45 bekomme... Ist bestimmt nicht schlecht. Und dann habe ich auch noch vielleicht Schattenschritt. Dann kann ich nochmal teleportieren. Also... Mal schauen. Also ich glaube immer noch Archer und Mage. Also... Rest auf Deutsch Jäger und Magier. Also wenn ich das hätte, hätte ich noch ein Port zu ihm hin. Dann hätte ich überwältigen. Hätte ich Chargen. Hätte ich das Ding. Hätte ich... Hätte ich 5 Sachen, wo ich zum Hingehen kann. Oder 4 jetzt. Weil ich mir nicht erzählt habe. Aber egal. Wir spielen bis Server down, Leute. Wir geben da nicht auf. Bis Server down wird gespielt. Und dann loggen wir wieder ein und spielen wieder bis Server down. Durchschaffen. Diesen Dreck hier. Und dann tut er mich schon wieder voll langsam hier. Mach doch. Wieso macht er eigentlich nichts mit dem Spellen? Schau mal. Es leuchtet auf und... Ja dann... Schau mal. Es leuchtet auf und geht trotzdem nicht. Oder was? Schau her. Geht alles nicht. Ja dann... Komm. Erschieß mich. Was soll der Mist? Kannst du denn... Was soll denn das? Also so eine Scheiße. Egal was ich hier drück. Äh... Ich komm nicht an den ran. Ich komm an den ran. Dann springt er weg. Dann nutze ich Unbewältigen. Dann springt er weg. Dann nutze ich Charge. Dann nutze ich Schildbar. Dann springt er weg. Also egal was ich mach. Ich komm an den nicht ran. Was soll denn das? Was sind wir denn hier? Was ist das für ein fucking Game hier? Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ohne Witz. Komm ich mit dir? Komm ich mit dir? Mann. Verdammt. Das war jetzt nur Glückssache hier. Welche Klassen machen wir es in 10 Minuten down? Anscheinend fahren alle Server runter und dann... Ja. Ich muss mal schauen. Zocken ob das andere sind als sein. Dann machen wir uns gegenseitig unsichtbar. Ist auch voll sinnig. Und er kurz nachher, so tauche ich vor ihm auch. Oh egal Mann. Einmal kurz weg. Der wird schon irgendwo sein hier. Das ist ein scheiß Porten. Wenn ich einmal an ihn herankomme, dann dresche ich ihn. Aber das ist sau schwer an ihn heranzukommen. Hey. Pfff. Aber die Bobbel hat mir den Arsch gerettet. Kurz. Wenn ich immun war gegen seine Stanz. Ist doch sein einziger Weg zu gewinnen. Dich nicht heranzulassen. Ja. Ja. Scheint so. Mein Problem ist, mir fehlen immer noch die Haupt-Damage-CDs hier für meinen Skill. Ich habe mein Schattenspiel sehr spät mit reingenommen. Bin also auf 41. Ich bräuchte 40 und 45, 50 damit ich... Das ist anscheinend sehr, sehr krass. Hier erhöht Bewegungsgeschwindigkeit und Agilität. Verleiht Immunität und so weiter. Und das andere kann ich mir nochmal hinporten zu ihm. Und deswegen habe ich erstmal Krünheit noch mitgeskillt und noch was anderes. Und die zwei Punkte brauche ich auch noch. Aber... Ist halt schwierig. Ja. Ist recht entscheidend. Ist ja das Geile immer. Aber habe ich ja nicht. Ja. Ist halt... Ich muss sagen, es ist... Es ist sau schwer... Das hochzukriegen. Ich habe gestern jetzt von 39 auf 41 auf heute jetzt geschafft. Mit Farmen. Mit Craft. Mit... Keine Ahnung. 1-2 Sachen. Aber das... Du brauchst so viele... Äh... Du brauchst so viele Spells. Kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon hin. Nur ist halt sehr zeitaufwendig. Aber gut. Ich streame jetzt 14 Stunden am Tag. 12 Stunden. 16 Stunden. 20. Manchmal auch nur 8. Kommt immer drauf an, wie viel Termin ich habe. auch beim 8. Oder nicht. Aber... Wir kriegen wir schon hin. Wenn die Server dauernd sind, bringt es mich aber nicht weiter. Äh... 5 Min Polar Maintenance. Ja, ja. Ja, genau. Alter. Alter. Verarscht oder was hier? Ziele geht in die falsche Richtung. Naja, gut. Gegen dich habe ich eh keine Chance. Hast du die Seiten gewechselt? Oder bist du ein anderer Char hier? Ne, ist schon der gleiche. Oder? Doch. Schon... Schon hier Sniperino. Da. Ja, komm. D. D Prozent er beginnt ja komm noch machen und machen machen keine chance abzulegen wir auch erst später bekommen ja das ist so schwierig dann so schwierig hier die nachzuleveln also gut musste die berufe skill du musst das gehen hey michael servus grüßte hallo schön dass du da bist ist schaust du schon wieder vom tablet zu wo du dich nicht auskennst was bist du oder nicht hier sag ich doch was bist du sag ich doch was bist du wirst du wieso konnte ich dich denn nicht anstreben sagst du mir irgendein skill und dann gehst du einfach bevor ich die frage wieder runter gehen soll hier schon fies und dann verdreht du mich aber egal es passt du hast ein sexy charl seite verziehen hier sexy charls dürfen ich immer prügeln da habe ich spaß dran ich stehe auf dresch ist okay das passt hier das ist kein ding aber krass ich konnte dich nicht anschauen während der arena ich habe versucht dich anzuschreiben die jahre alter auch so heftig was denn das himmlisches mächtiges lebhaftigkeitszepter der erde ich kann mich nicht mehr bewegen ist das normal oder server schon da habe ich irgendwas gedrückt ich kann mit der kamera rumfliegen oder was habe ich jetzt gedrückt habe ich jetzt nicht mehr passt habe schon steuerung abzuhören kann man dann hier betrachten auch geht es ganz hier zeichen erfolgen flüstern charakter blockieren kann ich dich nicht betrachten aber so mal anschauen so was für schweinereien du da hast handel einladung bilden einladung familien freund löschen flüstern ja ich kann damit nicht umgehen drückt es gibt gar nicht so viele tasten